So, herzlich willkommen zurück zum Let's Show von Puff of Exile, mit der neuesten S.A. natürlich, als er online ist. Und wir machen ja einen Arc-Totem-Charakter. Templer, genau, Templer. Und jetzt müssen wir da eine Nebenquest machen, damit wir einen Skipping bekommen. Stormcrawl würde ich empfehlen, ich weiß nicht, Dekalip-Toten benutze ich nie, Freistorm auch nicht, weil wir auch Thunders sind, jetzt Schaden machen. So, dann haben wir das hier, haben wir noch neue Ding, ich habe Excel hier ein Magie-Ding gemacht, damit wir nicht so lange suchen müssen. So, jetzt haben wir eine grössere Leistung, voller NG-Schild. So, das ist auch gut, das ist da, die Strike-Brand. Ja, dann haben wir das hier. So, die kann man verkaufen. Den auch. Schade, dass die Gilde nicht mehr aktiv ist. Ich habe jetzt alles meine Sachen, die ich nicht unbedingt gerade brauche, hier reingestopft. Tut mir leid, Gilden wieder. Ähm, weil ich bin völlig überlastet, ich muss mehr Slots kaufen. Irgendwie in diesem Spiel bekam ich immer so ganz viel Schrott. Mag ich nicht so. So. Also, jetzt gehen wir da drüber, da waren wir im ersten Part schon. Lassen wir jetzt da rein. In das orange Dingbubbel. Die Höhle. Ah, ja stimmt. Okay, ich habe ein bisschen mehr da gewonnen. Ich hatte ja dort einen Tankport, glaube ich, diesen so weit unten, da gehe ich nicht so gerne rein. Aber ich finde, die Gebiete und so, die haben natürlich auch Ablenkungen oder so. Ich glaube, dass es nicht allzu langweilig ist, wenn man nicht mehr rauskommt. Also, die Super-Späe sind jetzt die Neue, die zugekommen oder haben nicht aufgefahren, also vermerkt. So, kleine Doppeltiere und so. So, noch ein Spell-Damage, wir werden sehr stark. So. So. Hallo, wo ist jetzt der? Da ist der Strandspinn. Oh, der Krab. Ja, Treffen ist gut hier, wenn wir uns treten wieder am Warnsprazen haben, glaube ich. Das ist ein bisschen sehr. Sehr, wer ist schuld? Sehr, wer ist schuld? Was ist das hier? Okay, hier geht's ringsum. Nein, dann geht es unten links weiter. Es ist ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, da ist auch Sackgass, wenn da hinten ist auch Sackgass, ja. Ein bisschen verwirrend, aber wir finden das schon. Und ich kratze wieder so extrem. Meine Stimme ist am Marsch. Meine Stimme ist so kaputt. So, hallo? Nicht noch, noch nicht hier. Na, ist er. Genau, hier. Warte. Der wird erst nachher gekriegt. Da ist er. Jetzt mal genau zum BG. Ein bisschen ziehen. Na, doch. Der macht mich nicht. Zwei. 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 So. Scheiße, blöd. Zwei. Zieht gut aus. So kann man aber fast nicht gut spielen. Also, dann sieht er einfach zu wenig weit. Jetzt das Portal hinten deiner Aufnahme aufmachen. Richtig. Also, wieder hochzoomen, sonst will ich nicht weiterhandeln. Der Händler, den möchte ich. Request, aha. So. Wow, sehr gut. 3 Stats. Ähm, Cast Speed. Jetzt weiss ich nicht ob ich hier durchgehen soll, vorüber gehen und dann unten durch. Oder direkt unten durch. Ach, ich möchte schon ein bisschen aria of damage, aber für arg brauche ich es dann nicht mehr. Nein, ich das zerleiten muss. Und jetzt. Oh, das geht ein Stückchen. Ich bin überlastet. Ich bin zu fett, meine Kiste ist übervoll. Mal kurz schauen. Ich würde mal schauen, ob es Neuheit muss kommen. So, so viel Heid kriegen wir nachrichten momentan. Ja, also gehen wir weiter. Oh, schrecklich. Ja, hier unten. Gut. So, nach dieser Aufnahme muss ich kurz Pause machen. So, da bekomme ich auch zu wenig Luft. So. 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 Da hinten sind viele Gegner. Hier unten sind viele Gegner. Mal gucken hier rum. Mal gucken, ob sie auch der damage machen. So viele kleine Gegner sind. So. Ich mach jetzt das einfach. Ich kann umscannen, so viel ich will. Ich hab so viele Fist-Ups. Ich den Namen gar nicht weiss. Aber ich bin eigentlich auf der Edge. Also ich hoffe, die Chipsetzung ist da guter. Ich hoffe, es wird überhaupt auf der Chipsetzung. Also sie haben zusammen. Also in Form habe ich das nicht gelesen. Ich hab gelesen von einer anderen Website. Aber momentan bei solchen Studios, wo noch nicht so ein Erfolger sind, tun einfach auf eine Lokalisierung schweißen. Die machen, die versetzen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich kann ja die verstehen, die gut Englisch können. Möchte die Richtung bringt dann eine deutsche Version oder so haben. Aber bitte doch denen, wie bei mir, wo nicht so mächtig sind der englischen Sprache. Ja, das leckte immer noch ein bisschen, dass die Käse gegen mich ist. Was ist denn das hier? Das sind immer so Räume, die sind total sinnlos. Und ja, man hat dann so ein... Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hier sind alle Gegner. Und das haben wir noch nicht verpasst. Ah, hier ist der hohe Boss Boss. Das ist ja so ein bisschen. Das ist ja so ein bisschen. Es gibt meistens bei eben so einem Gegner, der ganz egal ist schon. Und dann gibt es noch so Exile und andere, die sind begegnet. Und so Fähigkeiten. Was ist denn hier los? Hier sind alle Gegner und das ist irgendwann kein Gegner. Weil bei RUNS ist das nicht so weit. Nee, bitte. Also wenn ich gut drin bin, dann bei uns dann einfach anzuregen. Aber weil die immer so schlecht sind am Morgen oder so, weil... Ähm... Ähm... Die meistens von ähm... Resortes sind. Habe ich da manchmal verabschiedet. In der Fernsefferenz. Obwohl ich eigentlich 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 langsamste bin. Weil ich natürlich zu abgelenkt bin. Ja. Ja. Also eine... Also eine Gegner von später gibt es jetzt hier. Die sind so alle nicht... Also sie sind recht... ...nervig. Nicht weil sie Spoken oder so. Nicht weil sie immer abhauen. Aber die brauchen nicht zuerst Leichen und ich fliessen sie ein. Also... Also... ...mich erreichen... ...eine kleine Töne Stücke. Hier in Klumpen Schießereien... ...von... ...innereien. Bäh. Ja, ja. Ah, so schön es ist. Let's show... ...was komplett. Ich weiß nicht, dass ich so schnell bin jetzt da. Ja, das ist natürlich auch nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Ich glaube, wie weit geht es doch jetzt? Es wird schon recht weit. Es ist vielleicht... ...leit ist es nicht so gut sichtbar. Ich weiß nicht, dass wir jetzt eben keine Feuerball sind. Damit sind wir nicht so gut. Ah, Feuer... Es ist bei euch auch so wechselndes Wetter. Das ist für mich nicht so gut. Kann ich nie an... ...widerstandskraft gewinnen. Nehmen wir wieder Regen. Die Osterglocken... ...die... ...erregen... ...wider... 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 ...ääh... ...die... ...erregen... ...wider... ...wider... ...sicht... ...ist nicht so gut. Aber dafür war es den ganzen März lang... ...also... ...Agenzwangs März und so. Das war schön... ...als ich im Krankenhaus war. Huh... ...hat ich mich... ...nein... ...ich so nicht... ...wohl gefühlt... ...wider draußen im Park vor dem Krankenhaus. Und der Pelze hat mich auch gefühlt. Also... ...der arme Pelze war immer aus. Da ich kein Handy habe... ...und besitzen will... ...ich nicht umgehen damit kann... ...ja... ...kont ich auch nichts... ...aber jetzt ist ja alles wieder gut... ...und... ...ich hoffe eigentlich... ...dann ich schon krank bin... ...durch... ...Betis und... ...Mobus Addison. ...zu starke... ...zu schwache... ...Hormone... ...dann auf das... ...schlimmer als Krebs... ...wenn manchmal ganz... ...schlimme Kopfschmerzen bekommt... ...und so... ...dann geht's dem Arzt... ...leicht da wieder... ...diese Krankheit... ...die Überlastung der... ...und... ...körperlichen... ...und so... ...und so... ...oder zu wenig... ...und so... ...sofort... ...ähm... ...Schwäche... ...werte... ...auf einmal... ...okay... ...ein Städte... ...s könnte es sein... ...und... ...dann... ...is auch diese Krankheit... ...so... ...ich weiß jetzt nicht wie lange... ...ich schon aufgenommen habe... ...weil ich langsam... ...das... ...aber... ...nicht zu kurzes... ...mach die nächste Phase... ...und... ...ja... ...ich mach mal... ...biss zum... ...Portal... ...das ist das Portal hier unten... ...ja... ...also ich mach mal bisschen weiter... ...biss in längere Pause... ...so... ...auch wenn sie nicht... ...wie möglich... ...geschaut haben... ...das ist normal bei... ...nicht so bekannten... ...Youtubern... ...und einfach reinschaut... ...wie das so ist... ...und dann wieder wegschaltet... ...kann ich verstehen... ...da ich... ...wiss ja nicht der Folge... ...sein muss... ...und so... ...ist das mir... ...rechte egal... ...aber find's cool... ...das manche Leute... ...mit mir reden... ...chatten... ...also... ...kommentare schreiben... ...und... ...auch... ...private... ...surfies... ...und... ...ja... ...dankeschön... ...jedenfalls... ...Minecraft macht auch... ...wieder riesig Spass... ...dank denen auf dem Server... ...dank den Zuschauern... ...und... ...ja... ...das war der... ...der so komisch geredet... ...da... ...fasst wie ISIS... ...und... 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 ...diese... ...smiles für sich entdeckt... ...und... ...und jetzt... ...finden sie sich cool... ...und... ...anscheinigweise... ...schluck... ...ich kann's wirklich durchaus verstehen... ...das ISIS natürlich... ...die Regeln... ...helfen will... ...und so... ...aber... ...ja... ...die für andere Menschen... ...töten... ...und... ...hier... ...hier... ...nein... ...der ist so leicht... ...heilig ist ja... ...recht zäh... ...also vor allem eben... ...ähm... ...den Höhlenschwierigkeitsgang... ...die ich jetzt gar nicht... ...weiß... ...ähm... ...Torment... ...glaub ich... ...oh nein... ...Torment ist... ...schwer... ...und sehr schwer... ...hehe... ...ja... ...also hier scheinbar ist... ...der Eingang... ...noch nicht... ...da ist nochmal... ...hey... ...ich will... ...komm... ...das ist nochmal... ...der Haku... ...was ist denn los mit dem... ...das ist so oft... ...plötzlich... ...und... ...und... ...ich mach mal... ...auf... ...auf... ...und... 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 ...gib mir jetzt endlich den... ...he... ...da ist der Ausgang... ...also... ...Gang nach unten... ...jo... scheinbar... Ich muss es nicht auftauchen. Da, muss ich auch wieder kommen. Ja, ja, ja. Also, wunderbar. Jo, also das Let's Show geht natürlich weiter und ich werde mir wieder ein bisschen zeigen, bis der Patch draußen ist. Und ja, deshalb ist es kein Let's Play, weil es manchmal Zwischendringen gibt, aber okay, best abgeben und annehmen. Okay. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss. Ja, da hat die Zeit irgendwie nicht so schnell durchgeht. Jetzt weiter noch ein bisschen mit den Medien. Ähm, ja. Ich muss nicht so aufgelenkt, dass wahrscheinlich die Zeit nicht richtig einschätzen kann. Naja, ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen laufen, so ich gut schauen kann, wann 30 Minuten vorbei sind. Also, wir machen hier den Boss noch. Noch ein bisschen weiter vielleicht. Ja, nein, ja. Eventuell. So, also. Ja, da kommt der, ähm, Schmied. Ich sag immer Schmied. Nichts habe ich damals dabei mit deinem Boss noch eine Lektion. Ah ja. Geht doch, dass du auf deinen Boss'n kannst. Oh ja. Ich denke, das ist noch nicht so leicht. Hier ist dann echt 4 D-Legs und 3D-Legs und 3D-Legs. Jetzt habe ich zum Beispiel 17 FPS. Wieso habe ich jetzt hier 17 FPS? Das ist ein bisschen leichter. Jetzt geht's wieder hoch. Ach herrje. Schade. Ein Spiel, das gar nicht so viel Leistung braucht, macht den meisten Stress. Keine Ahnung. Nicht halb trinken. Habt ihr gesehen wie der ausgelastet ist? Der muss unbedingt schnell heilen oder so. Das werde ich wieder bringen. Und hier hängen die armen Leute. Wieso denn? Das ist ein bisschen komisch. Die Dinge sind alle, dass die am Ende sind. Die haben einen Fähnen, das hat einen Fähnen, das sind so ein Fähnen. Wieso denn? Das wird doch so gut. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Ich muss Wasser runterstellen. Nein, jetzt geht's wieder mal los. Also. Puff of Wexay ist während dem Texturenquartett runterstellen. Abgestürzt. Und hat nicht mehr reagiert. Hat Frebs mitgehauen. Frebs ist abgestürzt. Und beim Starten muss ich lange warten. Es ladet einfach nicht mehr. Komisch. Kurios. Keine Ahnung. Ich will jetzt Puff of Wexay nichts Schlechtes sagen. Aber es ist halt ein bisschen problematisch. Keine Ahnung. Ich hoffe es wird besser. Und ja. Tja. Also Level 10. Und ich mache natürlich bald weiter wieder. Und meine Charakter. Die sind. Die sind. Ja. Also es ist voll. Ich weiß nicht ob man noch mehr machen kann bei Ligen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich muss ein paar löschen und die Items wegnehmen von denen. Die meisten sind nulig. Jo. Also. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.